Hey, ich grüße euch. Ich habe hier mal was vorbereitet. Das ist mein neuer YouTube-Kanal. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ich jetzt Probleme hatte mit Soundcloud wegen der Remixer und wegen der Endlessie. Die musste ich jetzt runternehmen, deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, alles jetzt auf YouTube zu backeln. Und ja, das werde ich jetzt jeden Tag machen. Also wie gesagt, jeden Tag folgt jetzt ein Video, damit wir dann alles wieder komplett haben, alle meine Lieder. Drückt einfach mal auf diesen Subscribe-Button und unterstützt mich, weil ihr werdet sehen, dass ihr mich noch nicht so gut finden könnt unter euren Stats auf YouTube. Das hat den Hintergrund, dass ich 500 Abonnenten habe, um den YouTube-Kanal umzubenennen. Und deshalb unterstützt mich, klickt ihr drauf und ich wünsche euch einen schönen Abend.